Hallöchen zusammen, willkommen zurück. Hier geht's weiter mit Zombies schlachten und weiter geht's. So, wir müssen da drüben. Was sind wir denn? Cool, wenn man sehen könnte, wo ich jetzt hier stehe. Da nicht. Es sind auch noch jede Menge Aufträge eigentlich, ne? Hm, hm, hm. Wir müssen auch da drüben, okay. Jetzt die Frage nur, ob es auf ist oder nicht, aber in dem Wies mal das sein will. Hallo? Ich möchte hier gleich runterfallen. Ein Leuchtsignal kam in der Nähe. Da sitzt jemand in der Patsche. Derjenige macht's nicht lange. Wo ist der? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Danke, Kumpel. Das war knallt. Danke für den König. Wir machen jetzt mal ein Rauchssignal. Wo soll er sein? Das machen wir uns jetzt jedenfalls. Okay. Achso, ich bin hier fest. Da steht einer. Nicht mehr. Nicht mehr. Das ist ja noch ein Rauchssignal. Die kennen Rauchssignal. Also, da muss ich hier drüben sein. Hier. Da. Da meintest du bestimmt, dass da hinten. Okay. Was ist das denn hier drüben überhaupt? Aua. Aua. Ja. Egal. Wir gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen. Ab zum Signal. Waffe wechseln. Letztes Mal reparieren. So. Und weiter geht's. Hier ist ein Händler. Irgendwie da rüber. So. Okay. Alles klar. Ach, da ist das Rauchssignal. Das ist so krass. Sie sind's. Crane. Ich hab' sie auf den Postern gesehen. Sie müssen mir helfen. Was ist passiert? Reiß Männer haben auf mich geschossen. Ich bin auch Kurier. Naja, fast. Hey. Ich kann nicht mehr. Können Sie mir helfen und diesen Run für mich zu Ende bringen? Hey, ich kann Sie zu einem Unterschlupf bringen, aber dann hab' ich anderes zu tun. Nichts ist wichtiger als das hier. Glauben Sie mir. Okay. Dann erzählen Sie mal. Die Quelle der Epidemie. So. David zeigt's Ihnen. Hier, eine Liste und eine Tasche mit schon gesammelten Sachen. Den Rest müssen Sie erledigen. Wenn Sie alles haben, bringen Sie's zu David am Royal Canal. Er wird Ihnen alles erzählen. Sagen Sie, dass Spider sie geschickt hat. Was ist mit Ihnen? Keine Sorge. Hier in der Nähe ist ein Versteckt. Ich komm' klar. Helfen Sie David. Das ist alles, was zählt. Okay. Dann helfen wir dem mal. Ich muss jetzt da hoch. Da hoch. Okay. Okay, dann gehen wir mal dahin. Wir gehen jetzt dahin. Alles klar. Es geht schnell. Mit der Wiese, Wende, 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 Wende. Oh, schau. Jetzt wäre ich wieder mit normalerweise drumherum gefallen. Oh ja. Da hier. Da wäre ich runtergefallen. So. Boah, ist ein Weg nach drüben. Bin ich hier runter irgendwo? So. Leicht. Und aus. Ich bin sauber. Hallo. Hi. Hallo. Feuerwehrmann. Ich wollte auch nochmal Feuerwehrmann werden. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wollte auch nochmal Feuerwehrmann werden. Schon keine Ausdauer mehr, Quain. Du ist mir aber leid. Wie komme ich jetzt hier raus? Da. Noch Dank. Alles klar. Einmal hier rüber, bitte. Danke. Oh. So. Dann suchen wir jetzt mal die erste Stelle. Muss er hier irgendwo sein. Hier unten sein's. Hm. Der Feier hier. Mach mal lüchtern. Was ich hier sehe, ja. Der geht zu glatt. Muss doch noch was holen hier. Oh nee. Dann muss ich Schloss knappen. Ich brauche die andere Waffe. Alle tot? Danke. Oh. Das war jetzt sein Akt. Muss das irgendwas sein? Da geht er mir gleich mal. Was soll denn hier sein? Achso. Noch eins? Noch eins? Ne. In der Nähe ist eins. Okay, warte mal. Das hab ich jetzt erledigt hier, ne? Geh da rein. Einmal springen. Dann haben wir den zweiten. Alles. Alles, der hier. Heut noch irgendwas. Ach, scheiß drauf jetzt. Das hier heulen ist, oder? Was ist das denn? was war das denn das war ziemlich heftig so wir haben das jetzt muss man auch doch ganz raus wir müssen noch da drüben jetzt oben ist am sichersten ich sage mal ob das so stummt immer so eine sache so wir haben es wir haben es so nach da drüben noch hier klar alles klar ein indian Was ist das? Bein in die Hand nehmen. Mit der Hand kugeln, dass wir hier hochkommen. Gehen wir lieber hier hoch. Gehen wir lieber hier hoch. Was? Noch mit. Jam Jam. Na toll. Muss mich wieder runter. Aua! Das tat weh. So. Ich hoffe, dass es nicht oben ist. Ich wusste es. Oben. Ich hab sie nicht. Jemand will ihm helfen. Mach ihn kalt. Hast du das gesehen? Hab ich dich. Warte mal. Ich brauch meine Waffe. Da schrecklich sind. Ja. Oh scheiße. Oh scheiße. Ja. 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 Danke, ich schulde Ihnen was. Wer sind Sie? Crane, Spider schickt mich. Warum? Was ist passiert? Der Kamerad leugnet in die Quere, aber es geht ihm gut. Ich habe alles, was er Ihnen bringen sollte. Sie sind ein Lebensretter. Danke, Crane. Das wird endlich etwas bewirken. Dann erzählen Sie mal, was hier abgeht. Oh, ich dachte, Sie wüssten es. Ich weiß, dass es um die Quelle der Epidemie geht. Ja, der Meteorit. Ich weiß, wo er eingeschlagen ist. Glauben Sie, die Epidemie kam aus dem All? Halten Sie das für einen Zufall? Haben Sie dafür Beweise? Hatte ich. Reichsmänner haben meine letzten Exemplare geklappt. Ich wollte, dass beide noch welche besorgt, aber könnten Sie das erledigen? Ja, können wir. So, kann es weitergehen. So, wo soll das sein? Wo soll das sein? Ach, so, weg hier in der Nähe. Das ist gut. Was ist das für ein Aufsteller? Nehmen wir da gerne mit. Ähm, muss noch da rücken. Na gut, da kann ich runterspringen. Aua. Äh, ich wollte gerade sagen, kann ich das hier nicht aufmachen. Ja, geht ja nicht, ne? Geht nicht sowas. Na, gucken wir mal, ob wir die zerstellen können. Ich tue nur, uh, gar nicht gut. Gar nicht gut, wir müssen dringend was finden. Okay. So, wir, das solltest du nicht machen, du solltest da reinspringen, aber egal. Äh, kann man das Ding hier benutzen? Sofällig. Oh! Gut, das ist was aber. So, das soll, das soll ja sogar hier drin sein. Ich hab die Stelle erreicht, ich sehe aber nichts. Okay, die Meteoriten-Splitter reagieren auf grünes Licht. So kann man sie leichter erkennen. Okay. Die Lampen und der Generator, die die Typen in Schutzanzügen aufgestellt haben, sollte noch funktionieren. Okay, alles klar. Ah. Das ist ein Zombie, ne? So, wo soll das jetzt hier sein? Das ist ein Zombie. Was ich dir aber hier nicht sehe. Muss ich mal wieder anmachen, oder was? Ich sollte vielleicht die Finger vom Abzug lassen. Äh, ja. Jetzt suchen wir hier. Ey, da kommt doch nur so ein Riesen. Was soll denn einer sein? Ach ja. Ach, scheiße, ey. Wo soll denn hier einer sein? Oh shit. Weg. 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 Okay, nein! Ach, Mann. Ja, das ist egal. Das ist egal, das ist egal. Ja, wir können den noch platt machen, dann können wir auch mal versuchen gehen. So, ich denke mal hier drin ist auch noch einer. Aber wie soll ich den finden? Das frage ich mich. Einen habe ich ihn per Zufall gefunden. Okay. Hier drin ist jetzt gerade keiner. Doch, hier muss einer sein. So. Guck mal mal hier unten. Da ist er. Da ist er. Oder? Ja. Alles klar. So. So. Guck mal hier in der Ecke. Erstmal. Guck mal hier. Wie soll er sein. Wie soll er sein? Wie soll einer sein? Mit ganzen Pflanzen natürlich mit. Wie soll er denn hier sein? Wie soll er denn hier sein? Wie soll er denn hier sein? Ach da. Ja. Und er ist doch dumm in denen besuche. Aua. Ja, war mir schon klar wieder. So. Das ist cool. Da oben. So, da haben wir noch einen. Da hab ich ihn schon gesehen. Hab ich ihn schon gesehen. Ja. Da hab ich ihn schon gesehen. Die Pilz nehm ich mit. Die Pilz nehm ich mit. Oh Gott. Wir sind ja schon wieder so weit. So, hier kommen wir hoch. Hier kommen wir eigentlich hoch wieder. Hallo. Ich bin ja freundlicher aus der Nachbarschaft. So, hier kommen wir hoch. Wir sind jetzt da. Wir sind jetzt da. Wir sind jetzt da. Wir sind jetzt da. Das ist in Tasche. Hier. So, ich hab ihre Meteoritensplitter. Gut. Ich lade die Splitter in die Beschleunigungskammer. Dann können wir es mit den Reptilien aufnehmen. Was? Moment, Moment. Wie? Mit wem können wir es aufnehmen? Okay, eigentlich sind es Garduinen vom Orion. Aber Reptilien ist ein anerkannter Euphemismus. Wenn auch ein bisschen prollig. Aha. Und diese Garduinen machten was genau? Also bitte. Sie kamen vor Äonen zur Erde und gründeten den Orden der Illuminati. Jetzt wollen sie uns beherrschen und die gesamte vierte Ebene kontrollieren. Sie versklaven die Menschen. Aber jetzt werden sie sie ja aufhalten. Denn sie haben das hier. Ach ja? Denken Sie dran, Sie können damit nicht durch einen variablen Gamma-Schild schießen. Aber ansonsten deatomisiert die Waffe fast alles. Okay. Kapiert. Sonst noch was? Ich würde schätzen, Sie haben etwa 500 Schuss, bevor Sie die Splitter ersetzen müssen. Los, Odat! Schicken Sie sie zum Teufel! Mandalos todos al Inferno! Alles klar. Danke, David. Vielen Dank. Alles klar. Das war's dann aber auch wieder mit der Folge. Wenn's euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir ein Däumchen oben oder schreibt mir einen Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.